Gib dich in den Lotussitz, die Füße liegen entspannt voreinander, die Knie gehen nach außen weg. Schließe die Handflächen und führe die Hände vor dein Brustbein. Neige den Kopf bis die Fingerspitzen, die Stirnmitte berühren. Berühre mit den Daumen das Brustbein, verhaare hier und spüre deine Atmung. Spüre dein Zentrum. Beginne wieder in der Kinnposition. Spüre deine Körpermitte. Spüre deine Atmung fließen. Spüre die Entspannung über Schultern, Rücken und Nacken. Schiebe bei einer Einatmung die Hände nach vorn und bei der Ausatmung komm über den Vierfüßlerstand in den abschauenden Hund. Richte dich entsprechend aus, zieh den Nacken lang, streck die Wirbelsäule lang, stütze Hände und Füße fest zum Boden. Lass die Atmung bewusst tief und gleichmäßig fließen und zieh den Oberkörper weit durch die Arme hindurch in Richtung Vorderseite der Beine. Bei der nächsten Ausatmung springst du mit gekreuzten Unterschenkeln durch deine Hände, deine Arme hindurch, setzt dich lang, streckst die Wirbelsäule und rollst dich bei der nächsten Ausatmung langsam zum Boden ab. Richte hier nun Kopf, Nacken und Schultern aus, so dass du ganz entspannt liegst und bei einer nächsten Ausatmung schiebst du langsam dein Becken nach oben, bringst mehr Druck auf die Fußflächen und auf deine Arme. Verschränke deine Finger nun unter dem Gesäß und zieh deine Hände so weit, wie es dir möglich ist, zu den Fersen nach vorn. So spürst du eine intensivere Dehnung im Nacken- und Schulterbereich. Lass dein Gesäß und die Beinrückseiten angespannt und kipp dein Becken, so weit es in dieser Position möglich ist, zurück. Schiebe nun hier noch einmal wechselseitig jeweils ein Knie, so weit es möglich ist, nach vorn und halte dann noch einmal in der Schulterbrücke. Öffne dein Brustbein, so weit es dir möglich ist. Spüre deine tiefe Atmung. Roll dich nun wieder langsam bei einer Ausatmung zum Boden ab, winkle deine Arme an, hole bei einer Einatmung Schwung mit den Unterschenkeln und bei der Ausatmung komm nach oben zum halben Schulterstand. Stütze die Unterarme, die Hände in deine Hüften, lass den Rücken lang und ebenfalls die Beine und lass einen Winkel in den Hüften, so dass die Füße über deinem Kopf stehen. Und falls es dir möglich ist, senke die langen Beine einmal zum Pflug ab, löse die Hände von den Hüften und streck die Arme mit geschlossenen Fingern lang zum Boden aus, schiebe dich vom Boden weg und richte den Körper aus, den Oberkörper und die Beine. Versuche dich gerade wie eine Kerze zu halten oder lass auch einen kleinen Winkel in den Hüften. Bleibe ruhig und stabil, atme tief und löse dann langsam bei einer Ausatmung wieder auf und komm mit Hilfe der Hände zurück auf den Boden. Spüre einen Moment nach und nun streck deine Beine im Wechsel lang aus. Schließe deine Füße und lege die Hände mit den Handflächen zum Boden ausgerichtet unter dein Gesäß. Zieh die Arme, die Ellenbogen dicht an deinen Körper heran, an deine Körperseiten und bei einer Einatmung schiebe den Oberkörper, dein Brustbein so weit wie möglich nach oben zur Decke und stütze dich auf die Unterarme. Überstrecke deinen Hals nur so weit, dass es dir im Nacken nicht schmerzt, aber so weit, dass es dir gut tut. Versuche ganz vorsichtig deinen Scheitelpunkt, den oberen Kopf auf den Boden abzusenken, aber nur so weit, dass er leicht den Boden berührt. Du kannst den Kopf jedoch auch einfach lang und gerade halten und zur Decke schauen. Atme tief und bei einer Ausatmung kehre aus der Position zurück. Zieh beide Beine noch einmal weit zu dir heran. Du kannst unter die Knie fassen oder falls es dir möglich ist, auch über die Unterschenkel hinweg. Die Nase zieht zu den Beinen, zu den Knien so weit es geht heran, sodass du dich ganz klein machst wie ein Päckchen. Und wenn du so weit bist, kehrst du auch aus dieser Position zurück. Die Beine bleiben aufgestellt und du ziehst mit den Händen noch einmal vorsichtig deine Nacken zur Dehnung, dein Kinn in Richtung Brustbein. Löse auch hier langsam wieder auf, spüre nach und richte dich aus, lege die Arme an die Seiten, etwas weg vom Körper, die Handinnenflächen zeigen zur Decke, streck die Beine ebenfalls leicht geöffnet zum Boden lang aus. Spüre deinen Nacken, deine Schultern, deinen Rücken vollkommen entspannt auf dem Boden auflegen und dann durchwandere in Gedanken noch einmal den gesamten Körper von den Zehenspitzen ausgehend über die Unterschenkel, die Knie, die Oberschenkel, Gesäß, Hüften, den gesamten Rücken, den Bauch, den Brustkorb, die Brust, das Brustbein, die Finger, die Hände, die Arme, die Schultern, den Nacken, den Kopf und dein Gesicht und entspanne. Bei der nächsten Einatmung lass neue Energie fließen bis in deine Finger- und Zehenspitzen, bewege dich leicht und drehe dich dann zu einer Seite ein mit gebeugten Beinen in eine stabile Seitenlage. Löse hier langsam auf, komm nach oben zum Lotus-Sitz. Wenn es dir möglich ist, atme noch einmal sehr tief und überschlage einen Fuß über den anderen oder lege auch deine Füße voreinander ab. Richte die Wirbelsäule noch einmal lang aus, lege deine Hände auf die Knie, Daumen und Zeigefinger berühren einander und lege schließlich deine Handflächen zueinander und beende mit Namaste. Richte 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 Richte